Du willst flexibel im Kopf werden im Thema Vertrieb? Du willst ein bisschen Flexibilität erhalten, wenn du mit deinen Kunden sprichst? Folgender Tipp. Fang mal an, ein anderes Produkt zu verkaufen. Und wenn du es nur bei deinen Kumpelfreunden Bekannten machst. Beispiel. Du bist jetzt Immobilienmakler. Dann sagst du, okay, ab morgen verkaufe ich mal Personalgewinnung über soziale Medien. Nur mal gedanklich mit deinem Kumpel durchspielen, den mal anrufen. Oder deine Kumpeline anrufen und sagen, hey, pass auf, ich verkaufe dir jetzt mal oder versuche einen Termin zu vereinbaren, um dieses Produkt an den Mann zu bringen. Wieso sollte man das tun? Du als Vertriebler solltest in Kundennutzen denken. Und wie fängt man an, in Kundennutzen zu denken, wenn man seine eigene Pappe mal verlässt? Du weißt alles über dein Produkt. Du kennst alles über dein Produkt. Wenn du jetzt also mal anfängst, ein anderes Produkt einmal aufzunehmen und wenn es nur gedanklich ist und es einmal durchzuspielen, dann musst du dir überlegen, was bringt es überhaupt der anderen Seite, also dem Kunden. Du fängst also dann an, in Nutzen zu denken. Und das verlieren wir oftmals im eigenen Vertrieb, weil wortwörtlich, für lauter Wald sieht man den einzelnen Baum nicht mehr. Deswegen verkauft man ein anderes Produkt, wirst kopfmäßig auch flexibler.